Selbst wenn ich ihn jetzt runterkicke oder so... Komm schon, bitte! Ja, es war so klar, dass er eine Rettungsplattform hat. Ja, guh, ich glaub... Ja, wahrscheinlich der Turn davon auch noch, Junge. Das wird jetzt auch nochmal einiges ausmachen. Er hat doch vorhin kein Knockback bekommen. Nee, nee, okay, das kann mir keiner erzählen. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars. Und heute nicht irgendeine Folge, Freunde. Heute eine ganz besondere Folge. Denn es ist endlich soweit. Heute entscheidet sich, welches Texture-Pack das Coal Unity 12k-Pack wird. Ihr habt mir ein paar Packs eingesendet, ein paar Zuschauer hatten ein paar Packs erstellt. Wir haben hier drei Packs. Bevor wir uns die jetzt angucken und ihr abstimmt, welches das beste von den Packs ist, ja... Erstmal fettes, fettes Dankeschön an jeden Einzelnen, der hier teilgenommen hat. Ich gehe in der Zeit schon mal hier in so eine Runde Bad Wars, schon mal hier warten ein bisschen. Fettes Dankeschön an jeden, der einen TP vorbereitet hat. Das ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit gewesen und garantiert nicht selbstverständlich, da man, ich meine, man craftet das TP oder craftet vorher, man pixelt das TP und weiß halt nicht mal, ob es genommen wird. So, deswegen fettes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Und, ja, ich werde die Leute auch alle unten in der Beschreibung verlinken. Könnt ihr einfach gerne mal vorbeischauen. Und wir spielen jetzt ganz entspannt die Random Texture-Pack-Challenge mit den neuen TPs. Wir fangen jetzt erst ganz entspannt, ihr kennt es, Leute, mit dem Coal Unity 1k-Pack an. Ja, immer, immer dieses Pack am Anfang, beziehungsweise bald halt nicht mehr. Aber wir fangen jetzt ganz entspannt hiermit an. Und sobald wir den Kill machen, werden wir das Texture-Pack ändern. Ja, und ihr könnt dann nachher oben rechts abstimmen, welches von diesen drei Texture-Packs das Coal Unity 12k-Pack werden soll. Nach der Bad Wars-Runde werde ich auch nochmal ganz kurz in so eine Map gehen, wo wir uns die ganzen Items angucken und alles, damit ihr euch das auch nochmal besser angucken könnt. Und, ja, falls die Entscheidung noch nicht eindeutig sein sollte, lasst mich bitte, zack, das Bad abbauen. Und bitte ihn killen, dann kann ich, komm schon, ich will das erste TP testen. Und er fliegt runter, müsste jetzt gleich sterben. Kill Sound, kill, kill, bitte, hallo? Ist er gelieft? Ja, er ist gelieft. Egal, wir wechseln das TP. Gut, da haben wir auch schon das erste TP vom lieben Ido. Für mich ist das teilweise auch noch neu, Leute. Ich habe mir die TPs bis jetzt so ganz kurz angeguckt. Wieso ist denn das wieder zu hier? Ich habe dir das doch abgebaut, what the fuck. Erhören wir schon den Bad-Abbau-Sound? Mehr oder weniger, weil es ist ziemlich leise. Aber es ist mein Outro-Song, also das ist schon mal eine ziemlich coole Idee. Knockback-Stick sieht auch ganz nice aus. Pickaxe sieht auf jeden Fall auch sick aus. Die Blöcke gehen an sich auch klar. Leute, ich werde jetzt einfach immer sagen, was mir gefällt am TP und was mir nicht gefällt. Ich habe auf jeden Fall schon ein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bis jetzt nur ganz kurz die TPs mir angeguckt. Aber ich hatte auf jeden Fall definitiv schon ein Favorite mit dabei. Ich werde euch jetzt aber noch nicht verraten, welches TP mein Favorite ist oder war. Nee, ist. Welches TP mein Favorite ist, weil ich nicht eure Meinung beeinflussen will. Weil im Endeffekt entscheidet ihr ja, welches TP wir nachher nehmen. Und dann will ich jetzt nicht sagen, yo, ich finde das am coolsten. Also stimmt mal bitte damit ab. Sucht euch einfach das raus, was ihr persönlich am geilsten findet von den Tature Packs. Ich hoffe halt jetzt gerade einfach mal, dass ich nicht diese Runde komplett verkacke. Ich habe irgendwie schon länger nicht mehr aktiv Bad Wars gespielt oder sonst was. Wann waren die letzte Bad Wars Aufnahmen? Das kommt mir wieder wie 10 Jahre her. Aber so lange kann es eigentlich noch gar nicht her sein. Ja, mal gucken. Notfalls gehen wir halt in eine neue Runde und fangen dann da direkt mit einem neuen TP an. Aber an sich müssen wir alle TPs testen können, weil es sind halt wie gesagt nur drei. Ich sage mal in Anführungszeichen nur drei. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich freue mich auch eigentlich, dass es so wenig geworden sind. Weil dann kann man die auf jeden Fall alle richtig easy in einem Video testen. Der Typ hat einen Bogen. Ich hatte ganz vergessen, dass ich nicht mal auf Gone with Bad Wars spielen wollte eigentlich. Genau wegen sowas. Wir können uns die Rüstung nebenbei nochmal angucken hier. Sieht auch ganz cool aus. Lederrüstung haben wir ja gerade. Verzauberte Lederrüstung. Man sieht, ey, die sieht ehrlich nice aus von außen so. Oh Gott, ich bin runtergesprungen. Und der Typ kommt zu mir mit seinem Bogen. Leute, ich würde sagen, das war's. Wir können eigentlich schon in die neue Runde gehen. Ich hätte nicht den Weg bauen sollen. Der hat doch locker... Hä? Oh, als ob ich da jetzt runtergefallen bin. Der hat doch locker Cobweb und eine Rettungsplattform. Selbst wenn ich ihn jetzt runterkicke oder so. Komm schon, bitte! Ja, das war so klar, dass er eine Rettungsplattform hat. Und Cobweb hat dann natürlich auch noch bereitstehen hier. Dann werde ich mal ganz kurz hier hingehen und mir einfach wenigstens so ein Schwert holen. Aber der hat halt... Na, ich hätte einen Knockbackstick mit kaufen müssen. Denn der Typ hat natürlich... Bitte flieg runter! Okay, wir haben ihn noch bekommen. Problem ist, da ist schon der nächste unterwegs. Was ich jetzt schon mir gewünscht hätte bei dem TP... Vielleicht muss ich auch einfach meine Bettabbaus-Dingens höher stellen. Den Sound davon. Aber der Bettabbaus-Sound ist ziemlich leise irgendwie. Ja, schon wieder, man hört den halt fast nicht. Aber ich will jetzt... Ach man, ich will doch nicht direkt sterben, Junge. Wo kommst du denn... Ach, ich kill mich selber! Das ist die peinlichste Folge Bad Wars ever. Egal, wir gehen in eine neue Runde und gucken uns das zweite TP an. Gameplay ist nicht wichtig heute. Es geht nur darum, das beste TP von den dreien herauszufinden, ja? Gut, dann haben wir jetzt das nächste Texture-Pack von Weißkreuz. Ich glaube, das ist das erste, was jetzt auffällt, Leute. Ja, und was viele schon sich jetzt gerade denken. Weil ich habe das auch vorhin schon mal im Stream, habe ich kurz... Die TP ist ganz, ganz kurz gezeigt schon mal. Ähm, Fadenkreuz, ja? Fadenkreuz ist natürlich wieder absolut nicht meins, ja? Inventar habe ich mir gerade auch kurz angeguckt. Feier ich auch nicht so krass, weil es ist halt teilweise durchsichtig. Das ist cool, aber diese anderen blauen Aspekte darin finde ich jetzt nicht so nice. Der Rest ist aber ganz cool bis jetzt. Oh, dann haben wir erstmal weggekommen. Vielleicht ist das TP doch ultra-OP und ich kann immer die krassesten Kombos meines Lebens verteilen. Ich muss mal gucken, wenn ich den jetzt direkt kille, dann müsste ich das TP schon wieder ändern. Und dann habe ich das TP noch gar nicht so krass angeguckt. Vielleicht werde ich das dann noch länger behalten, falls wir den Typen überhaupt bekommen, ja? Bis jetzt, äh... Ja, bis jetzt sieht es nicht ganz so gut aus. Der hat mich jetzt runtergekickt, der kauft sich gerade ein Schwert, eventuell kauft er sich auch noch Rüstung jetzt und sowas. Ich will aber noch nicht sterben. Komm schon, lass das jetzt nicht ultra-peinlich werden hier. So, wir müssen den Typen jetzt auf jeden Fall zu Todes-Stompen. Aber mit dem TP kann ich anscheinend gute Kombos verteilen, von daher... Alles klar, er lag... Ach nee, er hat Cobweb geplaced. Aber der hat auch ganz kurz gelaggt, oder nicht? Ich konnte am Anfang irgendwie erst gar nicht hitten, Leute. Okay, ich komme gerade hierhin. Knockback-Stick. Ich habe noch keine Blöcke mehr gekauft. Ähm, wenn er mich jetzt runterkickt, habe ich halt verloren. Als ob ich da nicht dran gekommen bin. Ich stelle mich hierhin. Hier kann er mich nicht runterkicken, glaube ich. Zack. Doch, was? Als ob er mich da runterkicken kann. Der baut mein Bett jetzt ab, aber ich lebe noch. Und wahrscheinlich sterbe ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ihn bekommen. Ultra knapp. Soll ich jetzt das TP ändern? Ich glaube, wir haben... Doch, ich ändere das TP jetzt trotzdem. Denn wir gucken uns die Textur-Picks gleich eh nochmal alle ein bisschen genauer an. Gut, da baut sich schon jemand zu mir, während ich gerade mein TP geändert... Oh. Legends never die. Es ist ein Hacker. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Hacker war. Der Boy hier ist es. Wir spektaten ihn mal ganz kurz. Jetzt haben wir das letzte TP von Coastie. Ich gehe gleich einfach so noch kurz in eine Runde und spiele ein bisschen. Sorry, Leute. Irgendwie läuft es heute gerade... Das ist... Ja, das ist... Oh mein Gott. Ähm... Ja, gut. Ich glaube... Ja, wahrscheinlich der Turn davon auch noch, Junge. Okay, da muss ich nichts zu sagen. Wir gucken uns das jetzt auch noch... Hat er ja keine Blöcke mehr? Oder ist er wirklich runtergefallen jetzt? Wir gucken uns nochmal an, wie der Boy fightet. Weil das wird jetzt auch nochmal einiges ausmachen. Er hat auch von keinen Knock-Dead bekommen. Neee. 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 Okay, das kann mir keiner erzählen. Wir gehen in die nächste Runde. Wir gehen in die nächste Runde. Wir machen jetzt einfach noch eine Runde mit dem TP hier. Das konnten wir uns gerade ja nicht wirklich angucken. Ich meine, ich habe es geswitcht und bin dann direkt von dem Hacker da gekillt worden. Also vielleicht war es auch kein Hacker. Vielleicht war es auch einfach ein richtig guter Spieler, ne? Leute, zu den Blöcken direkt, ja? Da muss ich glaube ich gar nichts mehr zu sagen. Ich meine, guckt euch die an. Da muss ich nichts mehr zu sagen. So, da muss ich meinen Gedanken gar nicht aussprechen. Ihr denkt da locker gerade alle genau das Gleiche wie ich. Inventar ist auch in lila gehalten. Der Boy hat auf jeden Fall meine Lieblingsfarbe studiert, so wie es aussieht. Knock-Dead sick auch in lila. Ultra sick. Pick exit auch ganz nice. Aus Fadenkreuz geht auf jeden Fall auch klar. Der Typ ist natürlich direkt schon wieder viel eher bei mir. Was mache ich in letzter Zeit in Bad Wars? Bad ist auch lila. Nice. Was ist hier los, Leute? Wieso sind alle so gut auf einmal und ich bin so schlecht? Also ich war schon immer schlecht. Aber wieso sind die anderen auf einmal so gut? Was ist passiert? Bad Abbau-Sound würde ich eventuell sogar noch ändern. Ich weiß es nicht. Legends Never Die ist ganz cool, aber ich fand die Idee von Ido echt ziemlich nice, dass man mal einen Outro-Song als Dingens hatte, als Bad Abbau-Sound. Aber müsste man halt mal gucken. Legends Never Die ist natürlich auch ein cooler Song. Da kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Da hören wir es wieder. Zack. Fett bauen wir ab. Oh Gott. Jetzt deckt es sich des Todes. Wie hätte er mich denn nach hinten ge... Ah, okay. Er ist eh tot. Gut. Kann man machen. Was mache ich denn jetzt? Ändere ich jetzt wieder das TP? Weil ich habe ja jetzt wieder einen Kill gemacht. Eigentlich müsste ich jetzt wieder zum ersten... Ja komm, wir machen das jetzt auch. Ich gehe jetzt wieder zum ersten TP einfach. Damit ihr... Da, das von Ido war das. Damit ihr die einfach noch ein bisschen seht. Und gleich gucken wir uns die halt eh, wie gesagt, ganz normal in einer Singleplayer-Nap an. Also Leute, noch nicht abschalten. Ja. Wir gucken uns die gleich nochmal ganz entspannt an. Und dann macht ihr eure finale Abstimmung. Ja. Da wird oben rechts halt eine Infokarte sein, wo ihr abstimmen könnt, welches von den Texture-Packs ihr am besten findet. Ja. Da dürft ihr euch dann eins raussuchen. Und das TP, was am meisten Votes hat innerhalb von... Ja, sagen wir einen Tag. Morgen 18 Uhr gucke ich mir an, welches TP am meisten Votes hat. Und dann wird das das neue Call-Unity-Pack. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das dann direkt fertig ist. Weil ich weiß halt nicht, ob die Packs auch in der Beta sind teilweise. Ich glaube, das Pack hier, was ich gerade drin habe von Ido, ist schon komplett fertig. Das von Weißkreuz glaube ich auch. Und das dritte Texture-Pack von Coastie war glaube ich noch in der Beta. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das stand zumindest bei dem Download-Link mit dabei. Deswegen weiß ich auch noch nicht genau, ab wann wir dann halt mit dem TP spielen können. Ich denke nochmal davon ab, ob das halt in der Beta ist oder fertig. Aber morgen Abend gucke ich mir dann an, welches TP gewonnen hat. So, der Boy bohrt sich da gerade weg, der Türkise. Ich weiß nicht genau, wieso, weil ich bin hier gerade bei ihm. Wo ist denn das Bett hier? Ist es hier vorne oder was? Ja, und baue einfach mal sein Bett ab. Da ist wieder... Da hört man auch jetzt den Unterschied. Oder man hört ihn nicht, weil das so leise ist. Der Beta-Passion da ist halt echt ziemlich leise. Er gibt mir den Air-Hit an. Nicht er, der stompt mich einfach am erst mal des Todes. Gut, ich will jetzt auch nicht, dass das Video 10 Jahre wird, Leute. Deswegen beeilen wir uns jetzt einfach mal. Ich gehe einfach zu den Teams rüber und cut hier jetzt noch das Wichtigste rein, wie ich hoffentlich alle komplett zerstöre. Hallo, du bist schon mal tot, würde ich mal so sagen. Ja, der ist komplett down. Dann kick ich dich runter. Jetzt rennen wir einfach durch und bauen das Bett ab. Auf Wiedersehen, Bett. Und tschüss, Gegner. Warte, habe ich Fallschaden gerade kassiert? Ne, wir haben gewonnen. Da haben wir gewonnen. Jetzt gehen wir in die Single-Flair-Map und gucken uns das Ganze nochmal da an. So, wir überfliegen das Ganze jetzt einfach nochmal ganz schnell. Ich wollte nochmal anmerken bei dem TP, was wir jetzt gerade drin haben. Das ist die Nummer 1, das Pack von Ido. Da hatte man noch Cookies als Hungerbalken. Habe ich gerade gar nicht erwähnt. Das war auch eine ziemlich coole Idee. Hier sehen wir die Schwerter, Leute. Und alles zack, zack, zack. Ach komm, ich rushe da jetzt so durch. Wir gucken uns das jetzt nicht wirklich lange an. Nur so ganz kurz. Ich denke, die meisten von euch werden eh schon genau wissen, für welches TP sie stimmen wollen. Hier haben wir sowas wie Kompass, Angel. Warte mal, die Angel will ich mir mal ganz kurz angucken. Oh, die sieht ganz nice aus, auf jeden Fall. Enderperle, schön in lila, Leute. Dann haben wir hier noch die ganzen Lava- und Wassereimer. Dann TPen wir uns hier mal. Und dann haben wir hier noch, ja, was von der Rüstung. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kriege ich dann alles. Ah, okay, guck mal. Hier sehen wir die Rüstung auf jeden Fall. Sieht auch ganz cool aus. Und hier haben wir noch die Tränke. Und ich glaube, das war es, oder? Ah, und die Erze. Stimmt, auch ganz wichtig. Die Erze haben wir hier noch. So, dann haben wir jetzt hier das zweite TP, Leute. Diasch wird auch schön in lila gehalten. Zack, zack, zack. Hier haben wir den Bogen. Hier haben wir die Angel auch mit so einem lilanen Strich noch mit dabei. Alle haben sich hier meiner Lieblingsfarbe orientiert. Sehr nett. Dabei entscheide ich ja nicht mal, welches TP gewinnt. Hier haben wir jetzt noch die Enderperle. Die sieht eigentlich auch ganz cool aus, so in diesem roten Stil. Die erinnere mich gar ein bisschen an die von dem anderen TP, oder? Von der Form, aber keine Ahnung. Oh, guck mal, die Eimer, das ist auch ganz cool. Gut, dass ich hier noch reingehe. Da sind die Eimer auch einfach schön lila. Das sieht auch ganz cool aus. Wir gehen direkt weiter. Hier haben wir die Rüstung, Leute. Man kennt es, die Rüstung natürlich auch wieder in lila. Alles in lila eigentlich. Die Pilze sind auch in lila mit Totenköpfen drauf. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Idee, auf jeden Fall. Und hier vorne haben wir die Erze. Gut, und dann haben wir hier noch die Nummer 3, Leute. Hier nochmal die ganzen Waffen. Die Axt sieht auch ziemlich cool aus. Sieht eigentlich auch, wie sieht der aus, wie so eine Kampf-Axt irgendwie auf so einem Ritter spielt oder sowas. Keine Ahnung. Dann haben wir hier die DIA-Rüstung. Und hier erstmal, oh, die Enderperle. Oh, damn. Enderperle sieht auch ganz sick aus. Dann haben wir hier die Angel. Und hier noch den Bogen. Der sieht auch ganz cool. Wir gehen direkt weiter. Ich rush hier halt jetzt wirklich einfach nur durch, ne? Die meisten von euch wissen, wie gesagt, eh schon, welches TP sie stimmen, denke ich mal. Hier haben wir nochmal die ganze Rüstung. Sieht die Rüstung auf jeden Fall ganz cool aus. Und hier unten haben wir noch die ganzen Erze. So, Leute. Dann stimmt jetzt mal bitte oben rechts ab, welches TP ihr am besten fandet. Die 1, die 2 oder die 3. Ich habe das genau in der gleichen Reihenfolge gezeigt, ne? Das hier ist jetzt die Nummer 3. Das davor war die 2 und das davor die 1. So geht, glaube ich, Sinn. Und wenn ihr jetzt alle abgestimmt habt, erzähle ich euch jetzt nochmal ganz kurz, welches mein Favorite war. Und das ist nämlich ganz einfach. Das tut mir jetzt fast schon leid dann für die anderen, wenn ich das sage, oder? Aber egal. Es ist die 3. Es ist das TP, was wir jetzt gerade da drin haben. Die anderen beiden TPs waren auf jeden Fall auch ziemlich cool. Also fettes Dankeschön nochmal an jeden, der einen TP hier eingesendet hat. Mein Favorite ist auf jeden Fall das Texture Pack bis jetzt hier. Ich weiß nicht. Die Texturen gefallen mir einfach mega gut. Das Inventar. Ah, das sieht man jetzt hier nicht richtig. Inventar sieht aber ganz nice aus. Und gerade hier der Bogen, Junge. Das hier. Die Bad Wars Blöcke. Der Knockback Stick. Das sah alles ziemlich cool aus, Leute. Ich bin mal gespannt, welches TP ihr am besten fandet. Stimmt, wie gesagt, einfach oben rechts ab. Ich hoffe, ihr habt es schon gemacht. Und dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.